Jetzt aber, jetzt können wir miteinander sprechen über Migration und die Union hat einen Antrag gestellt. Es geht um die Konsequenzen nach Mannheim. Wir erinnern uns, ein junger Polizist ist hinterrücks erstochen worden. Ein Aufschrei ging durch die Bevölkerung. Man hat ein bisschen davon auch in den Wahlergebnissen der Europawahlen gesehen. Doch jetzt soll gehandelt werden. Und wie gehandelt werden soll, möchte ich direkt nachfragen bei Alexander Throm von der CDU. Denn die CDU, die hat ja auch diesen Antrag gestellt und da drin ist von einem zunehmenden Kontrollverlust die Rede. Was damit gemeint ist, kann ich mir denken. Aber wie will die CDU diesem Kontrollverlust entgegenwirken? Wir dürfen nicht das ewige Ritual verfallen, dass wir nach Schock und Trauer nach dem Anschlag von Mannheim zum nächsten Thema übergehen. Es müssen jetzt wirkliche Konsequenzen stattfinden. Und das fordern wir von der Bundesregierung ein. Weil ansonsten nimmt die Bevölkerung die Untätigkeit des Staates als Ohnmacht des Staates. Und deswegen muss der Kanzler als allererstes sein Versprechen erfüllen, nach Afghanistan und Syrien abzuschieben. Allerdings erkennen wir, dass die Grünen dieses offensichtlich verhindern wollen. Jedenfalls die Außenministerin Baerbock. Und deswegen müssen wir hier das Wort des Kanzlers einfordern. Abschiebungen nach Afghanistan. Da wären wir direkt schon beim Stichwort. Die Österreicher fordern jetzt eine EU-weite Lösung. Was sagt die Union hier in Deutschland dazu? Gerne eine EU-weite Lösung. Aber wir sollten nicht alles nach Europa abschieben und damit auch ein Stück weit auf die lange Bank schieben. Im Ziel sind wir uns einig. Der Kanzler hat es für Deutschland versprochen. Deswegen muss er es in Deutschland auch erfüllen. Und ich will ein weiteres hinzufügen. Wir fordern in diesem Antrag auch die Schaffung eines unbefristeten Ausreisearrestes für Schwerststraftäter und Gefährder. Quasi ein Arrest mit drei Wänden. Drei Wände zurück in die deutsche Gesellschaft sind dauerhaft auf immer verschlossen. Aber eine Wand in Richtung des Heimatlandes steht jederzeit offen. Es klingt also im Belieben des Straftäters ab, wie lange dieser Arrest dauert. Das ist ganz richtig. Sie sagen Deutschland-Lösung vor der EU-Lösung. Ich möchte gerne noch mal auf die Abschiebungen zu sprechen kommen. Im letzten Jahr sind zwei Drittel der über 30.000 geplanten Abschiebungen gescheitert, weil die Abzuschiebenden nicht mehr auffindbar waren. Können Sie vielleicht zwei konkrete kurze Punkte nennen, wie die CDU dieses Problem lösen möchte? Erstens, wir müssen Abschiebezentren an den Flughäfen einrichten. Und zwar auch mit ausreichend Kapazitäten, dass die Menschen dorthin verbracht werden können. Und zweitens, wir müssen in dem Rückführungsverbesserungsgesetz, das tatsächlich ein Rückführungsverhinderungsgesetz der Ampel wurde, den Pflichtanwalt, den die Ampel jetzt jedem Abzuschiebenden stellen will, wieder abschaffen. Das ist mehr Hindernis. Das ist nicht die Beschleunigung und die Ermöglichung von Abschiebungen. Daran sieht man, dass die Ampel es eigentlich bisher nicht wirklich wollte. Herr Trum, Konsequenzen sind aber nicht nur Migrationspolitik und Abschiebungen, sondern auch die Radikalisierung, die vor Ort stattfindet. Zum Beispiel die Blaue Moschee in Hamburg, immer noch nicht geschlossen oder angegangen worden, liegt beim Innenministerium. Was läuft da schief? Ja, es ist ein großes Versäumnis. Der Bundestag hat in großer Einmütigkeit schon letztes Jahr das Schließen dieses Zentrums gefordert. Die Bundesregierung, die Innenministerin, ist schlicht untätig. Sie erklärt es auch nicht mehr. Also man kann es schon lange prüfen, aber man darf es nicht tot prüfen. Man muss es einfach machen dann auch. Und das ist die Erwartungshaltung, die wir auch heute erneut an die Bundesinnenministerin richten. Und das ist die Erwartungshaltung.